So, Tag wird der Sonnenedelstein sein. Entsprechend wird der Mondstein die Nacht sein, der Stern Saphir der Himmel, der Wasserstern das Meer und der Diamant die Erde. Also, Himmel. Oh, hat geklappt. Nacht, haben wir gesagt, ist der Mond. Das ist das Meer. Was passiert, wenn ich den Falschen reintu? Okay, dann wird eine Horde Kornwurz bestohrt. Äh, die 12.000 bringen aber sonst nichts. Also, packen wir hier bitte das Richtige rein. Das Richtige war Meer. Also, der Wasserstern. Erde, haben wir gesagt, ist der Diamant. Und dann müsste das Letzte da der Tag sein. Jetzt. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Jo, und wir haben das Ding aktiviert. 30.000 Erfahrungspunkte gekriegt. Mal sehen, wo uns das hinführt. Oh. In den Thronsaal. Wieder und wieder habt ihr bewiesen, dass ihr meinen anderen Gästen, sowohl was den Mut, als auch was die Schärfe des Verstandes angeht, weit überlegen seid. Aber nicht nur das. Ihr seid im Tod, die den Elenden verließe, gekommen, in dem ich selbst vor etlichen Jahrzehnten so erbärmlich zum Bote gegangen bin. Das stimmt, das haben wir den Gitarren geben. Wenn wir jetzt gehen, bevor ihr geht, bitte ich euch, den Bewohnern dieser Burg noch einen letzten Dienst zu erweisen. Ich werde nichts mehr für euch tun. Gehen wir. Was ist das? Schenkt unseren Seen den ewigen Frieden. Befreit diese verwunschte Burg in einer Schlacht, die es wert wäre, dem Beister aller Baden niedergeschrieben zu werden. Nach all dessen ich euch ausgesetzt habe, ist es nur fair, dass ihr jetzt die Chance habt, jede zu verdichten und die euch zu quälen. Wir verteidigen uns vor euch, ihr Größten aller Helden, zu den Waffen. Okay, dabei ist da der Verlockung. Bautet sich weg und beschwört. Da ist der Helden. Okay. Äh... Noch ein Geisterheld, okay. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ähm... Kann ich helfen? Ja. Okay, da war noch ein Geisterheld. Sag, was du von mir bist. Ich keine Gefangenen! Was, du sollest geschehen? Brauchst du mich? Äh... Bitte, Mortis, Kalia, Jan! Ja, bitte, mich hat es erwischt. Wie kann ich helfen? Du legst Hand bei dir auf. In Ordnung. Dein Befehl? Nein, die Tatterin schützt! Ja? Ne, 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 ne. Mach mal Big Spee's Hand auf den Gegner. Oh, du! Ja, aber... Ja. Ja. Okay. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Hm. Das war interessant. Können wir einen Quick-Safe-Cut machen? Ja, können wir. Okay. Du bist der Meister der Verlockung. Meister der Verlockung. Endlich. Ich wurde besiegt. Auf diesen Tag habe ich lange gewartet und ich bin froh, dass ich durch euch für alle Zeiten meine Ruhe finde. Ihr habt wesentlich mehr Verstand und Überlebenswilden bewiesen als hunderte, die für euch gekommen sind. Ihr habt Mut und scharfen Verstand bewiesen, wo andere vor Furcht gewinselt und vor Frustration geweiht haben. Eure Stärke und Taustration haben euch dort bestehen lassen, wo andere nur Tod und Gliederlage fanden. Ihr seid ein glänzendes Licht in einer dunklen und furchterregenden Welt, die von den schrecklichen Bestien und geschlossenen Bösen beheimatet wird. Es sind Helden-Taten wie die eure, welche die Herzen und Seelen kommender Generation erfüllen werden. Lasst dich zu, dass eure Taten in Vergessenheit geraten, denn das Vergessen ist das Schicksal der Menschen. Nehmt wohl, Helden. Und jetzt? Ah ja, können wir hier den Thron plündern? Angelaufener Ring. Ey, die Tür ist offen. So. Angelaufener Ring. Dieser Ring sieht aus, wie der regnende Hobart an seinem Finger trug, als ich ihn in den einsamen Wald getroffen habe. In den Kupferreifen ist eine Reihe, vor der ich in den nicht zu entziffernden Runen graviert worden. Im Inneren des Reiches befindet sich eine simple Inschrift. Wahrheit währt ewig. Also ja, wir können jetzt hier wieder raus. Wir können mal nochmal ein Wörtchen mit Hobart reden. Ich habe mir den Endkampf irgendwie schwieriger vorgestellt, wenn das der Endkampf war. Mal gucken, lebt Hobart noch? Oh ja, und sie ist ja verlangsamt. Äh. Kein Hobart mehr hier. Okay. Gegenstand nutzen. Angelaufener Ring. Hey, wir sind wieder in einsamen Wald. Immer bereit. Oh, der Ring ist weg. Fehlerfrei teleportiert. Also ja, ich werde mal kurz folgendes machen. Ich werde hier speichern. Das habe ich hier was genannt? Ja, LP Start Lormaster. Nenne ich das hier jetzt LP Ende Lormaster. So, da gucken wir mal kurz. 16, 16, 18, 19, 21, 16. Zu 14, also 2 Level. 16, 18, 2 Level. 19, auch 2 Level. 2 Level. 1 Level. Okay. Wir haben also bis auf Tarion... Kann ich helfen? ...jeder 2 Level gemacht. Er nur 1 Level. Und ich kann jetzt doch 19 bis 21 ist, äh, 2 Level. So, dann haben wir eigentlich... ...ir zwingt uns Schatten in einer fernen Schlacht. So ist die Lösung dann vollbracht. Ja. Weil... ...mehr können wir, glaube ich, wirklich nicht mehr machen. Weiter! Wie kann ich in Ordnung? Geht da doch mal kurz das Autosave und wir gucken nochmal in den Drohnsaal, ob da noch irgendwas war. Aber was sollte hier noch sein? Ich meine, der Lohrmaster hat nichts getrobbt. Und da war eigentlich nur der Ring drin. Hier ist auch kein Stummelzehchen mehr. Oh, nach was wir gucken können... Gibt's hier oben, ja? Gibt's hier oben, ja? Weiter! Hm... Nö, der sagt uns nichts mehr. Okay. Also können wir... ...das Ende vom Blumenast laden. Wie kann ich helfen? Gewiss! Dann reden wir mal mit dir. Hast du zufällig ne Tranktasche, ja? Trank der Heiligen Übertragung können wir verkaufen bei dir. Umhang der Uuffindbarkeit alle drei. Stärketrank, die Kampfstäbe, die Gegengifte. Versetzungsumhang und die Axt des Bluttaus eigentlich nicht. Wir sollten eigentlich hier rein. Dein Befehl? So, und jetzt... ...äh, gucken wir mal. Gegengift kann hier rein. Reinungselex hier kann hier rein. So, alle Gegengifte. Bin hier raus. Die Regenerationstränke auch. Hmm... 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 ... ... ...komm, nehmen wir noch die hier. Ah, und die Unverwundbarkeits-Elixiere vielleicht noch. Und das flammende Öl. Gut, jetzt ist beides sortiert. Wir können unten dann gehen hier unser restliches Zeug verkaufen. Und da werde ich die beiden Köpfe übertauschen. Ja, das ist das bessere Schwert. Ja, das ist das bessere Schwert. Ach, du hast noch den Hammer-Tee hier gelagert. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Okay. Dann gehen wir noch verkaufen hier. In Ordnung. Ja, könnt ihr mich heilen. Das sollte das Ganze abkürzen. So, was auch immer das hier ist für ein Katana, das können wir verkaufen. Wir können die Wurf-Pfeile verkaufen. Scharfschütz-Nahenbrust. Die ganzen Langschwerter. Geladene Streitachs. Ninjato. Die Fetanische.